Hallihallo und Willkommen zurück bei Hydronia. Wie gehts weiter? Und das Förderband könnte ich da nochmal wegholen. Ich hatte überlegt... ...dass wir... ...allen unnützen Krempel beiseite schaffen. Huch! Und eventuell bei Gelegenheit verschrotten. Was ist denn für ein Zauber? Junge! Was ist das? Achso, das sind hier unsere Dingsmünzen. Die können wir mal auf den Truck packen. Die packen wir da vorne hin. Und dann könnten wir überlegen, ob wir diese ganze Fläche hier zumachen. Oder eher erstmal, ob wir die Fläche hier einbetonieren. Und uns hier ein Häuschen hinstellen. In der wir dann hier so eine kleine Schmiede haben. Das wäre die eine Idee. Die andere wäre, dass wir eine zweite Mine aufziehen. Ja, oder... ... ... ... Was könnten wir noch? Wir könnten noch Aufträge suchen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir könnten auch ein paar Aufträge suchen. Weiß ich nicht. Das Ding könnten wir eigentlich auch nochmal anschmeißen. fixiert der musste eine seite ach der kam hieran ja weiß ich nicht weiß ich gar nicht mal überlegen pfanne topf und bedöns 5 gewicht ich nicht reisen erz pressen konnten wir das nicht können wir das sägen jetzt sind wir tiefer vielleicht ist das jetzt 2,49 gebrochen entweder 1 mit anderthalb oder mit 3 3,5 ich sehe ich nicht so recht dann landen die unnutzten aufträge halt einfach im fluss oder die verbrennen überlegen ich denke wir suchen uns mal einen neuen auftrag hier oben mit dem ding rumzugucken ist nicht ganz so cool so kann ich den selben auftrag nochmal annehmen das ist ja cool hey kollege brauchst du noch ein durch du stehst du läufst nicht du stehst hi oh gott tausend und fünftausend willst du mich verarschen aber das gibt 18.000 geh mal her so vergiss es da geht es nicht mehr da 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 steht doch noch einer warum komme ich da nicht hoch ne ne mit dem gemüse bleib mal weg das da ja da habe ich mich noch nicht ran getraut mit dem auftrag können wir uns nicht richtig zeit lassen ja es macht halt keinen Sinn die rohlen barren zu verkaufen wenn wir vor allem brauchen wir diese diese tokens ja hier die brauchen wir ganz dringend aber da habe ich ohne idee was wir damit anfangen können oh gott oh gott oh gott wir können uns so ein so ein auftrags klammer hefter dings tafel äh besorgen das würde ich gar nicht so schlecht finden und und während die mine da läuft könnte man auch überlegen ob wir ne weiß ich nicht so um die zweite mine jetzt aufzuziehen bräuchten wir halt wirklich sehr viel geld weil das ja alles gar nicht so günstig ist ne ich glaube hier unten an dem an dem hafen haben wir äh konnten wir diese auftragstafel kaufen bam schade nämlich da ach den schrottwürfel können wir auch noch verscherbeln so T805 3 350 bar in das Raumsystem aber die sind so teuer ein Liter Alter was sind die teuer Crosstown Kernstein Aufgaben Brett für gründer Waffenständer verstaut an den hergestellten Waffen hergestellte Waffen vertikaler Waffenständer was gibt's noch respektive findet Erzadern in der Nähe das wäre auch ne Idee ich weiß nicht wofür fortgeschritten welchen zum Kragen mit Schriftverrechner ist das teuer logik Sägehaken leidet Ressourcen auf ah er sägt die dann direkt aber ne wir holen erstmal nur ein Aufgabenbrett und die können eigentlich hier bleiben glaube ich ich meine der wär auch cool findet Erzadern in der Nähe ich weiß ja nicht ob wir damit gezielter meinen können dann funktioniert das auf jeder Stufe Stufe 3 wird benutzt um die Erde mitzugraben oder Erztrumpen zu zerträgen Erde in den Eimer Kripsi in den Wasch ja das können wir schon die sind halt auch sehr cool ich brauche Feuer Kustau auf 510 haben wir gekauft ne ja dann nehmen wir das mal mit ich denke das wird doch sehr nützlich sein aber die Münzen würde ich doch einfach auf dem Truck lassen weil die können wir ja glaube ich überall ausgeben ne ich glaube alle haben irgendwo so ne alle haben irgendwie diese Währung irgendwo ne auch bei dem Erntegeschäft konnten wir mit diesen Tokens irgendwas kaufen ja irgendwas wir könnten jetzt das Haus bauen oder so ein Kram aber äh 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 ja weiß ich weiß ich noch nicht muss ich mir überlegen jetzt erstmal gucken wie die Mine läuft ob da jetzt wie viel da jetzt durchkommt und dann könnten wir ja gucken ob wir da noch einen zweiten Schmelzer oder Schmelzer das ist ja nicht oh warte das ist mir echt die Karre eigentlich als was erfahren ja ob wir noch so einen zweiten Brecher dahin bauen und noch zwei Bohrer ich weiß nicht so dann die Aufgabentafel die würde ich hier hinsetzen ja meine Aufgabe haben wir ja schon ja jetzt wo ist sie hin Moment die haben wir ja noch gar nicht gebaut und ja 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 auch gut ja das funktioniert zumindest ich will mal wissen was die wert sind was der jetzt biegt 60 kg Die Aufgabentafel will ich doch gar nicht haben. Ich glaube mir zu sagen, dass ich hier Sinn machen würde. Ach, ich bin aber noch den Schrottwürfel. Was ist denn der jetzt? Kannst du ja selber ausbuddeln. Da haben wir die Rolle. Sehr schön. Dann sehen wir ganz genau was wir brauchen. 400. Ach, Closium ist Kernstein. Ne. Könnte ich doch gar nicht machen, oder? 1.000 Goldbarren und 5.000 Eisen, das wird halt dauern. Aber ist Closium Kernstein? Was bedeutet, kann ich das überhaupt hier machen? In der Mine? Oder ist das eher Stufe 2 oder 3? Okay. Ich gucke noch, der jetzt schmilzt. Stand ja bei, können wir Barren draus machen. Ja. Mit einem Spattband. So. Und. 780 ist schon mal etwas mehr. Aber den können wir bestimmt auch für irgendwas gebrauchen. Kann zum Craften verwendet werden? Ja. Ja, wir schauen mal. Okay. Okay. Gernstein. Tja. So. Da ist guter Rat. Teuer. So. Ich. Nehmen wir einfach erstmal ein Puffeteln. Ich mache uns hier mal ein gutes Licht. Und ab dafür. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie noch einfacher Sachen wie Riemer und so mit uns machen können. Dafür müssen wir zwar die Edelsteinpresse wieder anschmeißen. Standfackel. Oder Standfackel. Gab es nicht auch die Lampe? Hm. Ja. Nehmen wir Standfackel. Entschuldigung. Ich muss sie niesen. So. Wir nehmen einfach mal 4 mit. Ach. Was hat sie jetzt? Die sind reich. So. Hm. 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 So. Kannst du uns auch mal den schnellen Holzkarren kaufen. Ich glaube mit dem können wir dann noch rennen. so dann würde ich nämlich gerne ein bisschen glückliches licht und 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 das war eine decke schweben können ja und dann kommt da hinten noch einen hin bei den Groban hier über diesen Bisschen nicht Das läuft hier. Das läuft. Wir lassen das einfach mal laufen. Nur die Facken würde ich fixieren wollen. Was tun, wenn es brennt? Erdenstein. Ich muss das mal ganz kurz googeln. So. Also, Kernstein scheint T3 zu sein. Kann ich das auch auf Träger anhören? Also Kernstein scheint T3 zu sein, den werden wir hier nicht finden, weil wir hier angeblich nicht tief genug sind. Das einzige, was wir hier rauskriegen, ist dieses Klosium. Da wir dann auch die Tausender-Gold-Wachen nicht brauchen, könnten wir das Gold verkaufen. Ja, Moin. Hast du einen Job? Nee. Und, weiß ich nicht. Ich brauche etwas spezifisch. Boah, verschwinde mit deinem anderthalb Kilo. Wie soll ich das denn machen? Komm, ich nehme hier einfach irgendeinen. Oh, hier. Da. Zack. Hier schenke ich dir. Oh. 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 Geil. Danke. Oh. Okay. Das war cool. Ich habe doch jetzt nicht exakt anderthalb Kilo daraus ausgenommen, oder? Kann ich das hier nicht stacken? Nee, kann ich nicht, weil es auf dem Auto liegt. Äh. Okay. Das war cool. Okay. 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 Wir könnten jetzt wild durch die Gegend fahren und uns andere Aufträge suchen. Ich schaue mal schnell da oben, ob da noch was ist. Hier war der Juwelier. Hier ist nischt. Der hat auch nichts, das ist Lebensmittelverkauf. Der hat noch einen Job. Ach, der will eine Suppenschüssel mit 6,5 Tomaten. Das wird nix. Das ist noch in Arbeit. Das wird auch nix. Das wird auch nix. Wir könnten uns sonst in der Landwirtschaft versuchen. Aber eigentlich habe ich da gerade keine Lust zu. Ich würde jetzt eher in Barren. Wir laufen hier mal rum. Vielleicht werden ja hier noch andere NPCs rum, die irgendwas haben, irgendwas brauchen. Ich würde natürlich auch so ein Auftragsboard ganz geil finden, wenn das irgendwie im Ort hängen würde. Was? Ja. Und im Stock Market könnten wir bestimmt auch gut Geld verdienen. Aber das sind hier halt nur Händler, ne? Für Werkzeug und Wasserfilter. Lupe. Zeigt Haltbarkeit von den Beständen an. Das, das, das. Hier ist nichts. Gut. Dann werden wir hier wohl nicht mehr fündig werden. Das heißt, wir fahren mal runter in das andere Dorf. Das ist ein bisschen mau, wie ich finde. Ja, wo ist es da rum? Das mit den Artefakten, das habe ich auch noch nicht so ganz raus. Wir sind gerade in Ember Cradle. Ähm. Ne, Bastion Key. Und Burns. Oh. 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 Das ist ja dann... Das ist ein anderer Ort. Aber da haben wir halt auch keine Aufgaben. Ich glaube Aufgaben sind diese Ausguckezeichen. Ja, ja, ja. Du läufst hier rum. Genau. Das gelbe und das grüne, das sind die beiden an der Treppe. Und. Was ist da hinten? Ja. Was ist das hier für ein Ausguckezeichen? Hm. Ich. Ich weiß auch nicht. Weil das ein... Meint der zu sein? Die Aufwege ändern sich halt auch nicht, ne? Genau, da sind zwei gelbe, da ist ein grüner. Die gelben... Ich hätte jetzt gedacht, die gelben sind Waffen. Aber denen ist nichts, ne? Da müsste hier ja noch jemand sein. Ja. Da ist er. Mensch Herbert. Was stehst du denn da auf dem Dach rum? Hab ich den noch? Hab ich den platt gefahren? Steht der jetzt da oben? Na gut, dann wird das hier nix mehr. Oh, oh. Oh, oh. Nice. Range Field. Und. Ja, dann fahren wir jetzt nach Bridgepool und schauen mal da, was da noch so für Aufträge sind. Aber wir könnten daten eben, vielleicht komme ich auf die Idee doch noch irgendwas zu kaufen. 20-30. Dann lassen wir die Mine jetzt einfach ihren Dienst tun. Kaputt geht's ja nicht dank der Mod. Ähm? Auch wenn's jetzt ein bisschen... Ähm? Ja. Gecheated ist. Aber ich hab keine Lust. Vielleicht ständig hinterher zu werden, was dann das Leid ist. Und dann sind wir mal von einem halben Tag weg. Und dann läuft die Mine nicht. Das ist auch Mist. Wow. Das Wasser ist so flach, ich kann ihn mit dem Auto durchfahren. Wenn wir jetzt mit Vollgas einen erwischen. Und gucken, wie weit der fliegt. Ah ne, dann stehen hier Walle auf dem Dach. Ich hoffe der kommt ja irgendwann wieder runter. So. Ähm. Bleiben wir mal hier stehen. Mit der Mod könnten wir uns auseinandersetzen. Ich könnte sie aber glaube ich auch deinstallieren. Weil eigentlich will ich gar keine Alten. Ah. Ah. Äh. Moin. Ich hab die Karte natürlich nicht mit. Jetzt weiß ich nicht wo wir hier Auftrag haben und wo nicht. Hier. Moin. Ja. Das kriegen wir hin. 30er Goldbarren, 10er Saphir. 175 Punkte ist jetzt nicht so viel. Mh. 4C. 25C. 20C. 5. Ah. Großer Bitterenboden. Oh Gott. Wie krieg ich den Scheiß denn? Bauhammer. Achso zum Sperren und Entspannen. Ähm. Stumpfer Rechen. Werkzeughalter. Campingbett. Schau mal zum Sommer. Oh ich weiß auch nicht. Oh ich weiß auch nicht. Aus den Zuspechte zu zählen. Oh der Markt ist so. Ah. Das Nation. Ach ich weiß auch nicht. Was hast du? Achso. Ja. Dich hab ich schon. Jobs. Jobs. Ich brauch Jobs. Jobs. Auf Arbeit. Don't mind me. I'm just mooching about. Oh ja. Da seh ich mich. Mein Schickertisch. Fancy Bett. Schickertisch. Schickertisch. Teppich. Schickertisch. Blumenkübel. Ja. Moin. Jo. Nehm ich. Halt schlechten. Halt schlechten. Gut. Dann. Machen wir die beiden Aufträge mal. Ich fahr jetzt mal zurück. Und würde sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wenn ihr mögt. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.